Hallo meine lieben YouTube-Freunde! Heute werde ich erneut eine Engelkarte für euch ziehen. Das sind wieder meine schönen Engelkarten, die ihr ja bereits kennt. Wir haben ja schon mehrere Ziehungen gemacht. So, ich werde also jetzt erst einmal diese Karten mischen. Ja, manchmal habe ich so viele Probleme damit, weil sie ja enorm groß sind. Aber ihr wisst ja, genau wie die Engel. Die sind groß und mächtig, so sind diese Karten. Ich fächer sie mal wieder aus. So, und ich konzentriere mich. Und werde in tiefer Erwartung jetzt die Verbindung zu dem Engel aufnehmen, der sich also hier durch diese Karte tatsächlich zeigen wird. Ja, das ist eine schöne Karte. Die legen wir erst einmal zur Seite. Die anderen können alle weg. Die brauchen wir jetzt nicht. So, und diese schöne Karte werde ich jetzt also wieder das Buch zur Hand nehmen und werde euch sagen, um was es sich hier dreht. Also. So. Seid ihr gespannt, was ich gezogen habe? Welcher Engel sich gemeldet hat? Okay. Es ist eine wunderschöne Karte. So, es ist der Engel der Harmonie. Das fühlt sich doch schon mal ganz gut an, ne? Schön warm und geborgen. Wie man das so fühlt. Harmonie. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Harmonie. Die Affirmation zu diesem Engel ist, ich lese euch das jetzt vor. Harmonie hat viele Facetten. Er ist zärtlich und liebevoll, dieser Engel. Aber manchmal auch wild und unberechenbar. Ich möchte den Engel bitten, die Gefühle der Harmonie taktvoll und ausgleichend wirken zu lassen. Mein Herz ist offen für eine ausgeglichene Harmonie in mir. Und ich fühle mich tief mit dem Engel der Harmonie verbunden. Ich bin umhüllt von seiner harmonischen Kraft. Der Engel der Harmonie sagt dir, Deine Harmonie wirkt als wunderbare Lebensenergie in ständiger Bewegung in dir. Sei offen für diese Gefühle und dankbar für diese liebevolle Momente in deinem Leben. Hier ist die Botschaft vom Engel der Harmonie. Du hast das Glück, eine kostbare Harmonie wie einen Schatz in deinem Herzen aufzubewahren. Sie ist nur für dich gedacht. Nimm sie an und festige sie in deinem Herzen. Der Engelrat ist, lebe das Wunder der Harmonie. Schau dich um. Überall um dich herum ist Harmonie. Ich bin an deiner Seite. Überall auf deinen Wegen begleitet dich lebendige Harmonie. Ich verbinde dich in diesem Moment mit der Engelquelle. Denn ich bin der Bote des Lichts. Fühle das Licht deines Herzens in mir. Deinem Engel der Harmonie. Ich wünsche euch eine harmonische Zeit. Eine gute Woche. Und bis zum nächsten Mal. Eure Derya Eure Derya